Dieses zu veräußernde gut gepflegte 4-Zimmer-Ein-Familienhaus steht in Schwerin-Friedrichsthal. Das im Jahr 1965 erbaute Objekt wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Es hat drei Schlafzimmer, zwei Badezimmer und eine Gästetoilette. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 1000 Quadratmetern weist das Gebäude eine Wohnfläche von ca. 95 Quadratmetern auf. Der Kaufpreis des Objekts beläuft sich auf 160.000 Euro. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher. Untertitelung des ZDF, 2020